Ein Thema, was mich total bewegt, weil ich das auch schon häufiger tatsächlich in Beratungsgesprächen erlebt habe, aber auch wenn wir mit Interessenten telefoniert haben, ist, dass sie sagen, hey, du, ich probiere erstmal den Standardweg aus oder haben sogar schon den Standardweg ausprobiert, also sind zu einer klassischen Physiotherapie-Praxis gegangen oder haben verschiedene Trainings ausprobiert, aber sagen sie sich so, hm, also bevor ich jetzt Geld in die Hand nehme, dann warte ich doch lieber nochmal ein bisschen. Vielleicht gibt sich das Problem ja. Und ich sehe hier wirklich ein großes, eigentlich schon fast Mindset-Thema und Mindset-Problem, weil das, was damit einhergeht, ist erstmal eine Vermeidung und zwar eine Vermeidung, jetzt sich zum Beispiel zu verpflichten, über einen gewissen Zeitraum mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu sagen, hey, ich gehe jetzt wirklich mal den Weg, ein paar Minuten, Minuten, ja, ein paar Wochen, ein paar Monate einfach intensiv an meinem Thema zu arbeiten. Das heißt, es ist eher so die Vermeidungsstrategie, Energie, Zeit und Geld letztendlich in die Hand zu nehmen. Und ist das schlau? Also ich habe mich schon ein paar Mal so gefragt, hey, wie würde ich das regeln in meiner Situation? Und tatsächlich ist es so, dass ich irgendwann bei mir festgestellt habe, dass wenn ich in bestimmten Bereichen Probleme habe und ich möchte auch an der Stelle und in dieser Folge auch wirklich mal ein bisschen davon weggehen, das nur auf das Knie-Thema und auf und so weiter hinzumünzen, sondern wirklich mal grundsätzlich darüber zu sprechen, was bedeutet es, Geld, Zeit und Energie in etwas zu investieren. Ich habe mich das so ein bisschen gefragt und tatsächlich ist es so, dass ich, ich habe das ja nie in die Wiege gelegt bekommen, aber irgendwann dann, als ich mit meinem Abitur fertig war und dann so in die Fitness- und Gesundheitsbranche eingestiegen bin und mich zum Beispiel mit dem Thema Selbstständigkeit befasst habe, habe ich dann mich gefragt, okay, ist es jetzt sinnvoll, sozusagen sich immer in allen Bereichen versuchen, da selbst durchzuboxen und nach der weiter zu recherchieren im Internet und zu gucken, okay, was sind die günstigen Lösungen oder, keine Ahnung, zum Amt zu gehen und gibt es da nicht irgendwelche Fördergelder, wenn man sich selbstständig machen will, also sozusagen immer sozusagen dem Weg des geringeren Widerstandes zu gehen oder macht es halt Sinn, sich Menschen an die Hand zu nehmen, die einem in dieser Situation helfen. Und das, was ich immer wieder festgestellt habe dann bei mir, als ich mich das erste Mal entschieden habe, tatsächlich einem Menschen oder einem Coach sozusagen zu vertrauen und zu sagen, hey, der wird mir den schnelleren Weg zeigen, habe ich festgestellt, hey, das ist ja total genial, weil, wenn ich Geld zum Beispiel in die Hand nehme und mich entscheide dazu, in ein Programm reinzugehen, in ein Coaching reinzugehen, dann habe ich auf einmal Zugriff auf Informationen, die ich vorher nicht hatte und wenn dieses Programm dann passend war zu meinen Zielen, ja, dann erreiche ich ja viel schneller meine Ziele. So, und weiß nicht, bei mir war das so das erste Programm letztendlich, wie kann ich digital mit einem Infoprodukt letztendlich Menschen helfen und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von der Technik am Anfang und so weiter, Videokurs, was ist das überhaupt? Ja, und dann habe ich dort rein investiert und dann hat man mir das gezeigt und auf einmal waren Dinge, die in meinem Kopf total schwierig und total komplex waren, auf einmal total einfach, weil dort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung war und ich es praktisch nur noch umsetzen musste. Und schwuppdiwupps habe ich mir wirklich Monate oder Jahre gespart, weil ich einfach auf Menschen gehört habe, die das schon hundertmal gemacht haben. So, und wenn wir das jetzt auf das Thema Knie beziehen, warum zur Hölle musst du jetzt alles selbst ausprobieren und selbst erfahren, also warum musst du bestimmte Übungen ausprobieren, wo du gar nicht weißt, ob es die richtigen sind? Warum musst du bestimmte Intensitäten ausprobieren, also mit verschiedenen Gewichten rumprobieren oder bestimmte Maschinen ausprobieren im Fitnessstudio, wenn du überhaupt gar nicht weißt, ob es die richtigen sind? Und macht es nicht viel mehr Sinn, dann auf Menschen zu setzen, die genau diese Erfahrung bereits gemacht haben, durchgespielt haben, dieses System verstanden haben? Mir hat das zumindest immer sehr, sehr geholfen, auf Menschen zu setzen, die schon wissen, was sie tun und vor allem da schon sind, also wo ich hin möchte oder zumindest einen Lösungsweg gemeistert haben, auf dem Weg dorthin, wo ich hin möchte. Und das ist halt total praktisch. Und deswegen solltest du verdammt nochmal nicht warten und beharren und unterschiedliche Dinge einfach so ausprobieren, sondern vielleicht einfach mal auf jemanden setzen, der sich damit auskennt und dich auch vielleicht mal von dem Gedanken verabschieden, dass man alles in Anführungsstrichen geschenkt bekommt. Man bekommt nichts geschenkt, ja, sowohl rein finanziell bekommt man nichts geschenkt, aber auch für seine Gesundheit bekommt man das nicht einfach geschenkt. Und jetzt mag es wieder die Bösen oder die Skeptiker geben, die sagen, hey, Markus, Yvonne, Sabine, wie auch immer du heißt, das kannst du doch alles im Internet recherchieren, das gibt es doch alles. Da brauchst du nicht auf einen bösen Coach setzen oder auf denen, die damit Geld verdienen wollen. Das kann man ja alles viel günstiger haben. Ja, vielleicht. Du kannst dich natürlich jetzt an deinem PC setzen, kannst die Internetforen hoch und runter googeln, kannst bei YouTube noch die nächsten Videos dir anschauen, wie du die Best-5-Top-Übungen für deinen Meniskus rissst und die 20-Top-Übungen nach dem Kreuzband rissst und recherchieren. Und von mir aus bist du sogar, bist du jemand, der total wissbegierig ist und du liest dir Studien durch. Aber seien wir mal ganz ehrlich, und das ist wirklich nicht arrogant gemeint, bist du wirklich dazu in der Lage, über 10 Jahre Wissen aufzuarbeiten, wo sich Menschen aus unserem Team, eine Christina, Steffen, Yvonne, sich über 10 Jahre lang mit diesen ganzen Themen befasst haben, Ausbildung gemacht haben, Selbsterfahrung gemacht haben, mit hunderten Menschen rund um das Thema Knie schon zusammengearbeitet haben, Erfahrungswerte, Muster gesehen haben. Also genau wissen, welche Übungen die richtigen sind, welche Intensitäten zu viel, zu wenig sind, wenn das Knie so und so reagiert. Tatsächlich konkret wissen, dadurch, wie und was funktioniert. Willst du dir echt das antun und das recherchieren, bis du dein Problem gelöst bekommst? Oder willst du wirklich auf den nächsten Physio setzen, auf den nächsten Trainer, der am Ende sich gar nicht richtig Zeit nimmt oder gar nicht in dieser Tiefe dieses Wissen hat? Das macht doch keinen Sinn. Und von nichts tun oder die falschen Dinge tun, wirst du ganz sicher nicht dein Problem lösen. Es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Wenn du immer wieder die gleichen Dinge oder die du die letzten Tage gemacht hast oder je nachdem, welche Ausgangssituation so ist, wenn du langfristige Probleme hast, wenn du die schon mehrmals probiert hast zu lösen und schon die unterschiedlichen Dinge und schon fünfmal beim Arzt warst, ist es da nicht an der Zeit, etwas anderes auszuprobieren? Wenn du jetzt eine akute Verletzung hast und dir total unsicher bist, was jetzt die nächsten Schritte sind, macht es dann Sinn, mit dieser veränderten Situation erstmal auf Selbstexperimentieren zu gehen, wenn eigentlich, wenn man nur mal ein bisschen schaut und hinguckt, es recht offensichtlich ist, dass es Sinn macht, professionell und strukturiert zu trainieren, um eben eine Rerupturrate von 30 bis 50 Prozent bei sich selbst hoffentlich nicht spürbar zu erkennen, indem man sich erneut verletzt oder langfristige Probleme hat, macht wahrscheinlich Sinn. Also, wenn du unsicher bist, wenn du Unterstützung willst, dann trau dich, komm mit uns ins Gespräch, wir beißen wirklich nicht und dann lass uns doch einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren oder zumindest mal in einem Erstgespräch am Telefon uns austauschen, was ist deine aktuelle Problemstellung, was sind deine Beschwerden, die du hast, was sind die Sorgen, die du mit dir rumtrickst, was sind vor allem deine Ziele, weil wir hören dir zu und dann können wir dir einen Lösungsweg entsprechend auch aufzeigen und dann kannst du immer noch entscheiden, ob dieser Lösungsweg für dich sich richtig anfühlt, ob der sich für dich gut anfühlt, ob du den ganzen Vertrauen schenkst oder ob wir die Bösen oder die nicht vertrauenswürdigen, weil wir hier digital arbeitende Menschen sind, die raffgierig dein Geld haben wollen, kann ja auch sein, dass du das denkst. Wenn das wirklich der Fall ist, dann bist du auch tatsächlich nicht die Person, die mit uns zusammenarbeitet oder ob wir doch eigentlich total menschlich sind und dir zuhören und im Endeffekt auch einfach gemeinsam mit dir dein Knieproblem, deine Kniesituation lösen wollen. Was musst du dafür tun? Total simpel, wenn du das hier im Podcast hörst, schaust du in die Shownotes, gehst mal auf www.knieathletics.de oder unter dem YouTube-Video unten in der Videobeschreibung einfach klicken und ab geht's mal auf die Webseite, abchecken das Ganze und wenn es passt, dann passt, dann trägst du dich ein für so ein Beratungsgespräch, führst du das Formular aus und dann telefonieren wir miteinander und prüfen, ob und wenn ja wie eine Zusammenarbeit in Frage kommt. Ich in jedem Fall wünsche dir alles Gute und dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut! und wenn die Frage kommt,